Mein Name ist Lukas Leitner, ich komme aus Deutschland und studiere an der Universität Mannheim. Die Universität ICC habe ich mir ausgesucht, weil sie, ja, also erstmal ist sie sehr gut gerankt und ja, ich war schon hier und fand es sehr schön, hat mir gut gefallen, die Ausstattung und alles, außerdem sind die Leute hier sehr freundlich und die Ausrichtung ist eher praktisch, was an meiner Universität nicht gegeben ist und deswegen möchte ich hier Erfahrungen sammeln, die, naja, eher auf praktische Art sind. Wie gesagt, wollte ich meine praktische Erfahrung hier verbessern, außerdem, ja, wollte ich natürlich Spanisch lernen, was elementar wichtig ist, ich hoffe, dass ich es noch ein bisschen verbessern kann. Mir gefällt es sehr hier, die Universität ist, wie gesagt, wunderschön, das Land, die Leute gefallen mir sehr gut, ja, das Einzige, was immer ein bisschen schwierig ist, ist das Reisen, aber wenn man sich in Gruppen bewegt, dann ist das alles kein Problem und ja, man kriegt viel zu sehen, tolles Wetter, tolle Leute. Ich war schon in San Andres, eine Insel, wunderschön, im Parque del Café und Barranquilla, also ich habe schon ein paar Sachen gesehen, aber es fehlen mir noch einige Dinge. Also erstmal muss man sagen, dass die Universität, wie gesagt, sehr gut ist. Die Kurse sind deutlich kleiner als in Deutschland, das Studium ist anders aufgebaut, deswegen ist es angenehm, hier zu studieren und natürlich auch zu reisen, die Leute, die Kultur kennenzulernen, das macht sehr viel Spaß.